Ich glaub, wenn man in deiner Nähe, die droppe nix. Du kannst auch die Fleisch in der Nähe... Das stimmt, das kann sein. Du kannst kein Fleisch schmeißen. Du kriegst Fleisch automatisch. Ja, wenn ich in deiner Nähe bin. Blau? Ja, blau müssen wir angreifen. Jetzt hab ich dir ein Stück Bock schlage. Oh Mann, jetzt hat der den gekriegt. Hier ist noch einer, hier ist ein Medic. Was macht der? Will close zone, aber close zone, close zone, schnell. Boah, was ist denn die schnell, ey? Angriff! Aber wen? Den da... Komm, stirb! Lol, der hat sich Spinnen-Netz gebaut. Ich hab das gemacht. Oh, lol. Nice! Hahaha! Hahaha! Das ist ja nice mit dem Spinnen-Netz. Oh, lol. Ich hab das selbst reingebaut. Lol, ich hab sch... Tot! Gibst du noch? Ah, guck mal an die Fotze. Mein Tier, er blockt, während er schlägt. Okay, ich geh mal zurück. Und bei mir hat's gerade richtig derbst geleckt. Ich hab kein Essen mehr, gib mir Essen. Achste? Nein, es klappt nicht, es... Nee, es klappt nicht. Nein, noch ein halbes Herz. Ich kann's dir auch nicht geben. Ja, scheiß. Lol. Ein Schuss tot. Hahaha! Hahaha! Und der trifft dich und macht dich kaputt. Komm, was sonst, ey. Scheiße. Da ist er. Der hat mich getötet. Der muss sterbe. Mann! Mann, wie weit er mich zurückschlägt. Mein Wasser ist halt scheiße, weil ich so langsam bin. Was ist das eigentlich, oder was? Komm her. Treff den nicht, ich bin so schlecht im Bogen schießen. Na? Ach, der hat die Flagge! Ich hab unseren Flaggeträger erfolgreich verteidigt. Hat er gerade mit dem Bogen geschossen? Ach, der. Und dann gehen ab. Ach, der ist runtergegangen. Ah ja, ist er wieder hochgegangen. Super, so war das eigentlich nicht geplant. Hab ihn. Da oben ist noch einer. Brügelst dich gerade. Doch nicht. Oh, das wäre fast schief. Klimm ausgegangen. Da. Da oben sind Leute von uns. Die wartet darauf, dass die Flagge wieder spawnt. Wie ist das eigentlich, muss die einer, muss die einer von, von Deine wieder abholen bei, bei uns? Oder geht die automatisch wieder zurück, wenn die bei uns in der Base ist? Gute Frage, Nina. Na, nächste Frage. Vor allem sehe ich gerade gar keine Gegner mehr. Gar nicht. Ich glaube, er ist bei uns. Da. Wie die sich hochglitschen. Fuck. Der Ohr? Fuck. Ich bin bei uns. Oh, mein Handy. Ich bin bei uns oben. Und da oben ist ein Gegner. Ja, wir warten auf die Flagge. Ach, ein Gegner, der scheiß Cheater ist. Oh. Aber der ist gestorben. Ähm. Ich brauche mir den. Ich verstehe nicht, wie das genau funktioniert mit dem Erdeck. Lol, der hat Spawner. Scheiße. So, Bobby. Wo bist denn du eigentlich? Boah, das ist so wenig los hier. Blau bei der Flagge. Blau bei der Flagge. So, darüber. Direkt oben im Turm. Ich verstehe nicht, wo die ganze Gegner sind. Wie ist denn der da runtergekommen? Ist auch noch was Unterirdisches hier. Ja. Winter schneller. Alter, wie viele das denn? Alter, wie viele das denn? Ich habe keine Chance gegen dich. Ich glaube, das ist die Ausrüstung Pyro. Die müssen, muss mal blechern. Wir gehen da gerade bei uns hoch. Was ist das? Greif ich die Bücher an? Nee. Da fährt 20 Euro, Mann. Ich habe hier. Ausgibt, ey. Ich habe hier einen. Lol, da oben ist ein Schwein. Bist du? Bei uns. Und da ist ein Feind. Genau bei uns. Und zwar ganz oben. Tätig. Scheiße. Ich habe ihn getroffen. Ja, schnitt. Ich habe nur noch ein halbes Herz. Weißt du was? Oh Mann. Hört er dich? Ja. Wo ist die scheiß Base? Da. Der sitzt da oben. Der sitzt da oben ruhig drinnen. Der ist wahrscheinlich hoch geflogen. Aber... ... Naja gut, der andere lenkt ihn ab. Ich schau jetzt noch nimmer. Ach Mann. Scheiße. Komm jetzt. Oh, so ein Drecks, Cheater. Schon wieder. Nein. Ja, er ist tot. Der Damage. Ich sehe nichts. Stell dir noch hier. Ne, ich mache schon sauber. Achso, kann man auch hoch? Loll, und ich gehe über die mittlere Dinge hoch. Das ist ein Drecks, Cheater. Das macht doch keinen Spaß. Ich weiß ja auch nicht, wie lang die woher runter geht. Jetzt ist er hochgeschwählt. Gott, ey. Oh, ist das ein Kid? Kann ich mir nicht vorstellen, dass das ein Kid ist. Ne, ne, das ist kein Kid. Das ist ein... Die machen doch, was sie wollen. Da unten ist ein Knopf. Push for minecart. Ich kriege kein minecart. Oder kommt es erst an Gefahr? Was sind Zahler? Loll? Ach, das ist ein Blauer. Die hab... Die hab... Nein! Weil ich gepennt habe. Ich habe gedacht, das wäre eine... Welche von meinem Team. Und ich verwechsel das immer mit Blau-Rot-Scheiß-Cheater. Ah, da ist er. Verreckt doch jetzt, Mann! Alter, wie viel hält der bitte aus? Kann das sein, weil der andere Medic ist? Alter, das gibt's nicht. Ist ja übel, wie viel der ausgehalte hat. Bist du noch da? Ja. Ja. Oh, okay. Oh! Nein! Alter, bei Dennis sind gerade richtig viele in der Base. Noch deutlich mehr als wir. Oder? Na, nicht unbedingt. Da ist ein Blauer. Da wird geschnetzert. Da wird doch nass. Da ist ein Blauer. Ja, Baut. Ja, Baut. Ja, Baut. Verreckt doch. Da hin, das sind welche. Ah, das ist ein Opfer. Ach, da ist denn hier Spawn. Deshalb komme da so viel raus. Und ich denk doch. Nehme alle, dass einer uns, der cheatet. Ja, aber das ist echt Banane. Ja, das ist echt Banane. Das ist doch langweilig. Genauso wie im Battlefield. Die Herrschaften meinen, dass das cheater. Boah, Alter. Ah, hier kommen Spawn-Buy-Leine. Geht gut was ab. Hey, catch grad mit dem. Weil ich da raus, Junge. Ja, genau. Jetzt geht die Zweite auch mit los. Geht gut was ab. Alter, meine Maus geht zwei kaputt. Ey, so wie ich drauf umhau. Ach, perfekt. Er ist gestorben. Was war das? Du bist zu bei denen? Ja, ja.